Bekommen Für mich geht es bei den Commons darum, dass wir unsere sozialen Beziehungen, das Leben, was wir miteinander führen müssen, so gestalten, dass wir die Ressourcen, die wir alle zum Leben brauchen, egal ob zum Essen, um uns zu heilen oder Wissen zu reproduzieren, dass wir also diese Ressourcen, die wir alle zum Leben brauchen, verteilen und nachhaltig benutzen.